Dann, Leo, was hast du? Ich habe eine App, die wir garantiert schon mal irgendwann hatten. Ich glaube, die hast du auch schon mal. Ich weiß nicht, ob ich es war oder nicht, aber vielleicht habe ich sie auch gepickt. Komoot, die gerade vor ein paar Tagen frisch auf, glaube ich, Version 9 gegangen sind, also die iOS-App. Gepickt von dir in der Folge 380. Ja gut, das muss ja wirklich schon etwas länger her sein. Drei Jahre, fast. Also da hat sich sicher viel getan. Komoot ist eine Tourenplan-App, die verschiedene Fortbewegungsmethoden berücksichtigt, also vom Laufen, Wandern, Rennen, Fahrradfahren, mit verschiedenen Arten von Fahrrädern und die relativ angenehm erlaubt, Touren zu dir zusammen zu schustern. Und diese neue Version 9, die jetzt gerade rauskommt, hat das Touren-Erstellen auf dem iPhone deutlich, also deutlich komfortabler gemacht. Ich meine, die Oberfläche hat sich etwas umgebaut. Ich musste mich auch erst mal umorientieren, aber die Möglichkeit, die ihr jetzt Touren mit verschiedenen, wie sagt man, Unterpunkten, Wegpunkten zusammenzustellen, ist unterm Strich auf jeden Fall, finde ich, einfacher geworden oder flexibler auf jeden Fall geworden, weil du vorher doch Schwierigkeiten hattest, dir manches zusammenzubasteln. Basteln auf dem Mobilgerät jetzt, also das, was du vorher schon im Browser relativ auf einem Desktop oder auf einem Notebook hinbekommen hast, auf dem Mac, was relativ einfach im Browser war, war auf dem iPhone doch unter Umständen ein größerer Hickhack und jetzt ist die Planung so, dass du einfach dir Start und Zielpunkt aussuchst oder einfach mit dem Startpunkt anfängst und dir dann deine Wegpunkte setzen kannst, entweder auf der Karte oder über die Suche oder über das, was andere Nutzer schon hinterlegt haben an Vorschlägen und tippst sie einfach an und fügst sie als Wegpunkte hinzu, kannst die Wegpunkte auch umsortieren in der Reihenfolge und Komoot bastelt dir dann die Route drumherum, je nach gewählter Fortbewegungsmethode und zeigt dir am Schluss halt die Rahmendaten deiner Tour an, wie weit, wie viel Höhenmeter plus die Beschreibung halt voraussichtliche Wegsituationen, also wie viel ist asphaltiert, wie viel ist Schotter und so weiter, teilen das ja ganz schön auf und am Schluss hast du halt eine fertige Tour, die du dann halt entsprechend ablaufen lassen kannst und nach der navigieren kannst oder sie halt einfach so in der Tasche behältst um mal nachzuschauen, ob du jetzt irgendwo richtig noch unterwegs bist und das ist, das ist schon ein recht interessantes, schon ein recht interessantes Paket, also das war vorher schon, war vorher schon eine interessante App, eine sehr interessante App, wenn man diesen Anwendungsfall hat, dass man eben sich unterwegs auch gerne mal eine Tour frisch zusammenstellt oder halt eben für Orte, an denen man, die, an denen man fremd ist, die einem fremd sind, sich was da zusammenschustert oder auch Vorschläge von Leuten, die da schon was eingetragen haben, anschauen will und das ist jetzt durch diese flexiblere Planung nochmal ein Schritt, also die flexiblere Planung auf dem Mobilgerät doch nochmal ein Schritt nach vorne gegangen. Also für jeder, jeder, der irgendwie mit Touren hantiert, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf die App werfen. Ich glaube, ein Kartenpaket bekommt man sowieso immer dazu und wenn man dann, man kann dann einzelne Regionen kaufen oder es gibt, glaube ich, auch ein Komplettpaket mit allen Karten für irgendwie 30 Euro oder sowas, plus, minus, weiß nicht genau, da schwankt der Preis, glaube ich, immer ein bisschen, also das kann man sich auch alles freischalten, sodass man die Karten dann auch offline hat und kann die ganze, kann die alles, alle geplanten Routen kann man sich speichern und vormerken und kann man auch teilen mit anderen Leuten, wenn man will. Also das ist, das ist schon recht interessant, finde ich, für alles rund um, rund um Routenplanung. Also gute App. Vorzüglich mit Fahrrad hast du es ausprobiert, oder? Ja, also die Laufen haben sie ja inzwischen, Laufen ist als Neues, ist es dabei, das ist noch, ist glaube ich sogar noch, ich weiß nicht, ob es in 9.0 immer noch, aber das war jetzt lange Zeit, da ist Beta klassifiziert, aber ich habe tatsächlich fürs Laufen, habe ich es noch nicht ernsthaft ausprobiert, ob die Strecken dann sinnvoll sind, die mir am Schluss gegeben werden und fürs Radfahren benutze ich es immer wieder, aber mir fehlt fürs Radfahren auch noch ein bisschen die Fremd, also eine ganze Region, wo ich es gar nicht wüsste, das ist natürlich, ich meine, da hast du natürlich auch einen schwereren Vergleich, weil dir fehlt dann natürlich der Vergleichspunkt, wenn du jetzt zu Hause das machst, dann sagst du, ach nee, da würde ich lieber hier lang fahren oder pass die Tour vielleicht sowieso so an, wie du es dir halt selbst vorstellst, weil du weißt, du nimmst irgendwie zwei Nebenstraßen weiter, weil du es aus irgendeinem Grund attraktiver findest oder weil da weniger Verkehr ist, aber ansonsten macht es Komoot schon ganz schlau, also ich meine, ich tendiere dazu relativ viele Wegpunkte vorzugeben, um die Route gleich so zu gestalten, wie ich sie mir vorstelle und da dränge ich natürlich die Automatik ein bisschen zurück, wenn man jetzt einfach nur Start und Zielpunkt angibt und dann halt alles vollautomatisch machen lässt, da muss man dann mal schauen, ob man mit den Ergebnissen zu 100% zufrieden ist. Ich meine, es ist relativ schwierig, also ich glaube, dass gerade, also du hast ja die Unterscheidung beim Rad, kannst du halt unterscheiden, ob du zum Beispiel auf Rennrad gehst, dann bevorzugt er natürlich die größeren, besser asphaltierten Straßen, aber ich bin zum Beispiel jemand, der auch lieber eine kleinere, etwas ruckligere Straße bevorzugen würde, als jetzt die große Straße, weil du hast halt weniger Verkehr und unter Umständen ist es halt schöner und macht mehr Spaß, da langzufahren. Du hast aber auch noch so eine Zwischenstufe, du kannst da noch auswählen, Fahrrad mit Schotter und dann kannst du noch, und dann kannst du, irgendwann kannst du bis hin zum Mountainbike halt gehen, also so, dass du Mountainbike-Tour bist dann wahrscheinlich schwierig, mit dem Rennrad alles zu fahren, ist vielleicht nicht so empfehlenswert, aber ja, also da schickt er dich dann halt schon auch durch den Wald und macht dann keine, keine so großen, ja, also es löst sich von den, von den asphaltierten Straßen natürlich, was ja auch im Kontext des Mountainbikes natürlich sinnvoll ist. ist ganz nett, also diese Dreieraufteilung in Rennrad als pure Straße und Fahrrad mit Schotter wurde so noch so zwischen, sagen wir mal, bis hin zu so größeren Forstwegen, die man eigentlich, eigentlich mit dem Rennrad ja auch noch unterbekommt, je nachdem, wie deren Qualität ist und je nachdem, wie das Rennrad bereift ist, ich meine, das sind ja alles so einzelne Sachen und dann halt bis, und dann halt ganz eigen nochmal die Mountainbike-Schiene. Ja, also was ich auf jeden Fall noch mehr ausprobieren muss, ist halt, was er dir bei den Laufrouten, ich weiß gar nicht, ob du da so viel, so viele Möglichkeiten hast, ihn, weil das Laufen kannst du ja auch sagen, ich bevorzuge eher auf der Straße zu laufen oder auf normalen Wegen zu laufen oder ich bevorzuge halt eher auf irgendeinem kleinen Trail zu laufen, also auch da gibt es ja durchaus bevorzugte und weniger bevorzugte Varianten, die man vielleicht, die man dann vielleicht wählen würde und da habe ich noch zu wenig mit rumgespielt, um zu schauen, wie viel du da anpassen kannst. Ansonsten ist ja dadurch, dass du jetzt flexibler bist auf dem Mobilgerät mit dem Setzen von Wegpunkten, dass du ihn halt sowieso dann zu Routen zwingen kannst, die dir sinnvoll erscheinen oder wenn du halt bestimmte Abschnitte oder halt bestimmte Zielpunkte auch ansteuern willst, wenn du irgendwie siehst, irgendwie Aussichtspunkt oder keine Ahnung, was halt Leute dann so da im Laufe der Jahre da eingespeist haben und bei den Rennraddingern sind immer wieder ganz, sind sogar auch immer wieder gute Empfehlungen dabei, irgendwie Streckenabschnitte, wo einer dann, wo ein, zwei, drei Leute sagen, hier, schöner Rennradabschnitt und das mag durchaus des Öfteren hinhauen, also da, gerade wenn man sich eben irgendwo bewegt, wo man nicht zu Hause ist und nicht die Strecken sowieso schon selbst bis zu einem gewissen Grad kennt, ist das natürlich reizvoll in der Hoffnung, dass man da jemanden findet, der halt auch tatsächlich sich da schöne Streckenabschnitte gefunden hat und sich die Mühe gemacht hat, die da halt einzustellen. Also das ist insgesamt nett und ja, also ist insgesamt interessant, ist Komoot auf jeden Fall ein interessanter Dienst. Ja, der hält sich halt irgendwie. Ja, also die macht das, ich glaube, das funktioniert recht gut. Also ich wüsste jetzt von dem Umfang, den die App anbietet, gibt es auch wenig bis nichts vergleichbar, ja so, zumindest in dem, in der Menge an Zeug, die da drin steckt, in der App, wüsste ich jetzt eigentlich nichts aus dem Stehgreif vergleichbares. Es gibt ja viele Touren und verschiedene Planungs-Apps, aber dieses Gesamtpaket, also dass du, also abgesehen von Empfehlungen und Vorschlägen und den Sachen, die halt sowieso drumherum gebaut worden sind und dann plus dieser umfassenden Routenplanung, die du einfach selbst durchführen kannst, für die ganzen verschiedenen Sport- oder Fortbewegungsmethoden, plus dann natürlich nochmal die ganze Navi-Komponente, die dir am Schluss die Route ja abspult vor dir und dir halt sagt, bieg halt jetzt links ab und lauf halt jetzt noch 500 Meter weiter diese und dadurch und zusätzlich natürlich auch den Kram aufzeichnet, das ist ja, gehört ja auch noch mit dazu, ist ja auch noch ein Element des Ganzen plus halt noch eine soziale Komponente hat, wenn du das Ganze irgendwie mit Facebook verknüpfst oder so, dass du halt anderen Leuten folgen kannst und sagst irgendwie, Basti hat eine Route geplant oder so, würde ich dann, also das ist schon fein eigentlich, also wenn du jetzt irgendwie auch Urlaub mit anderen planst und sagst, lass mal Routen planen und du hast halt vorher, da kann einer schon planen, die anderen sehen schon, welche Routen geplant wurden und so weiter, das ist also, da steckt schon ziemlich viel drin, muss ich sagen, das erstaunt mich immer wieder und das halt alles ins iPhone zu quetschen, wo du sagst, gerade die Routenplanung ist halt was, wo du eigentlich ja lieber einen großen Bildschirm hast, aber wenn du halt unterwegs bist, hast du ja unter Umständen halt einfach nur das iPhone dabei oder willst nur das iPhone dabei haben, dann, das ist schon nett. Naja, das ist so diese, das ist lustig, das ist halt so Mainstream, also es ist so langsam Tröpfel diffundiert dann irgendwie so diese, diese Apps diffundieren so in den Alltag rein irgendwie, so während man irgendwie hier irgendwie spricht, also wir sprechen ja irgendwie mit einem toller neuer Markdown-Editor und so, weißt du, alles super cool, also aber das sind so die Apps, die so wirklich auch irgendwie von normalen Leuten, sag ich mal, einfach verwendet werden und einfach jetzt irgendwie Version 9 und seit Jahren einfach weiterentwickelt, ist krass, also wie, wie selbstverständlich solche Sachen dann auch geworden sind und beeindruckend, dass das, ich meine, vielleicht, vielleicht, vielleicht wandert das dann irgendwann sogar auf die Uhr, also es ist ja, ich glaube es nicht auszuschließen, dass du irgendwann nicht die Planung darüber machst, aber dass du halt nur mit der Uhr aus dem Haus gehst und dann halt deine Streckenpunkte abfährst, etc. Ja, ist ja eigentlich der Schritt gar nicht mehr so weit, also ich meine, im Moment ist es halt so immer noch, dass die, ja, also ich weiß nicht, ich habe die Uhr länger nicht mehr, die Kombination mit der Uhr, also du konntest ja über die Benachrichtigungen das sowieso auch schon immer machen, dass dir die Uhr halt die Benachrichtigungen geschickt hat, die dir Komoot sonst aufs Display geschickt hat, also du kannst ja auch überlegen, ob du sozusagen den Navi-Modus dir quasi im leuchtenden Display anzeigst, wo natürlich dann nach kurzer Zeit Schluss, also kurzer Zeit, aber wenn das iPhone natürlich das Display aktiv hat, plus die Strecke aufzeichnet, plus halt GPS natürlich für die Navi-Funktionen hat, ist halt natürlich nach kurzer Zeit Schluss, das heißt also entweder musst du sowieso nochmal einen externen Akku dranstecken und selbst dann gerätst du damit vielleicht doch relativ schnell an die Grenze, je nachdem wie lang deine Tour ist, also ich meine, Fahrrad ist man ja unter Umständen auch mal länger unterwegs und dann hast du ja immer die Wahl, dass du dir die Anweisungen als Benachrichtigungen schicken lässt, die kannst du ja auch auf die Apple Watch schicken lassen und das war aber, das habe ich schon lange nicht mehr, nicht lang, lang nicht mehr nochmal ausprobiert, das war halt, als das damals mit der Apple Watch neu war und dann mit Komode, das konnte man schon machen, aber es dann auch mit dem Fahrrad wollte ich mich nicht von der Uhr navigieren lassen, also auf dem Fahrrad, also ich meine, wenn du jetzt laufen gehst oder wandern gehst, ist das was anderes, also weil die Geschwindigkeit einfach eine andere ist, aber am Fahrrad ist, glaube ich, die Uhr so ein bisschen schwierig, am Handgelenk, also nicht nur noch, auch wegen der Langsamkeit der Uhr am Anfang, aber auch einfach, die Uhr ist halt am Fahrrad ein schlechtes, ein schlechtes Navigator, ein schlechtes Element für Informationen, also ich meine, du kannst ja, für GPS-Uhren gibt es ja zum Beispiel solche Sachen, dass du dir die dann um den Lenker schnallst, dann hast du so eine kleine Plastikhalterung, wo du dann deine Phoenix oder die Sunto halt an den Lenker klemmst, also der Lenker ist sozusagen der Unterarm, an den du die Uhr bindest, was eigentlich ganz schlau ist, weil ich meine, diese Uhren sind alle auf Fahrradeinsatz bis zu einem gewissen Grad auch ausgelegt und warum musst du dir irgendwie zwei GPS-Geräte kaufen und nur eins, was du irgendwie ans Fahrrad klemmst und eins, was du ans Handgelenk bist, also wenn du jemand bist, der halt beides macht, ist das ja wahrscheinlich durchaus sinnvoll, das zu kombinieren. Ja, aber die Apple Watch ist natürlich mit der Apple Watch sehr wieder und sobald du auch eine Uhr hast, die natürlich Herzfrequenz am Handgelenk auch messen will, ist natürlich sinnlos, die Uhr, um den Fahrradlenker zu schneiden. Gut, linken wir, könnt ihr euch anschauen und dann damit Radfahren. und dann damit